Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute mit einer weiteren Folge Loot Boy. Außerdem benutze ich jetzt die Webseite, weil die auf dem liegt doch besser als der Emulator. Und da funktionieren wir jetzt hier die ganzen... Ja. Sounds. Wie ihr hört. Das heißt, wir machen das jetzt hier lieber über die Webseite. Und ja. Ich würde sagen, es geht wieder weiter. Wir haben insgesamt 3000 Dinger. Und wir versuchen mal wieder etwas zu kriegen. Loot Boy Pack. Wir haben mehrere Sachen drinne. Gucken wir mal, was wir bekommen. Ah, genau. Wir müssen die Karte da. Ah. Ah, jetzt. Okay, wir haben schon mal... Was haben wir hier? Im Spiel. Gucken wir mal, was wir an. Wir kriegen mal die Qualität drunter auf. Wir können jetzt hier Vollbild machen. Mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, so was wie World of Tanks, nur halt mit Schiffen. Ist das nicht ein Handy-Game? Ich glaube, nehm ich schon. Ich glaube, nehm ich schon. Mal gucken. Ach, das ist nicht ein Handy-Game. oder so sein. Das ist ja von der Grafik eigentlich viel zu hochauflösend, dass es ein Smartphone eigentlich packen kann. Na klar, guck schon einer mal die Grafik an. Ah, Flugzeug sind auch dabei. Also generell so Meereskampf. Sieht schon nice aus. Das ist ja von der Grafik. Ah, denn so ein Flugzeug gibt es ja auch in GGA Online. Und den kann man leider nicht so geil kaputt machen. World of Warships. Interessant. Naja. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Hier klicken. Karte schreddern. Ja, weg damit. Ja, okay. Oh, hier so ein tolles Farbenspiel. Ne, da brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, auch mal hier. Weg damit. Dann haben wir noch mal. Das hier noch mal. Aber das kennen wir doch schon, oder? Ja. Ja, kennen wir schon. Also, weg damit. Jetzt haben wir nur noch eine... ...Shark-Karte. Aha. GTA Online. Gucken wir uns das erstmal an. Oder GTA 5. Ach, das ist einfach hier dieser... ...Playstream 4, Xbox One und PC Trailer. Von Rockstar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, okay, dann machen wir das auch mal direkt. Wir melden uns da mal an. Diese Seite ist nicht erreichbar. Diese Seite ist nicht erreichbar. Stellen Sie sich alle sicher, dass... Wie das bescheuerte Netzwerk-Ding hier. Leute, irgendwann rausziehen hier. Lahn müsste wieder da sein. Jetzt müsste es wieder funktionieren, theoretisch gesehen. Ah, dieser so ein Netzwerkfehler von meinem Haus, von meinerseits aus. Ja, ich ruf mal besser in Ink neu auf. Ja, jetzt klappt es auch. Melden wir uns an, einfach mal mit Facebook. Ja, komm. Was soll das denn? Ich will mich anmelden. Nochmal. Hab ich mich jetzt angemeldet? Ist der Code nur für den PC? Um spielen zu können, wird das mal. Ah, wenn ich bezegelte, ist okay. Ah, wenn ich bezegelte, ist okay. Ich werde da genauso den Code eingeben. Warte mal. CX. CX. Vielleicht muss ich ihn manuell eingeben. Hä, müssen die Striche weg? Okay, der Code funktioniert nicht. Was soll das? Ah, hier geht es noch auf der Webseite. Was soll das? Der Code funktioniert nicht. Ohne Frechheit hier. No thanks. Ah, gut, die Webseite funktioniert. Life in Wader. Ah, bringt uns nix. Hallo, klappt das net? Was soll das denn? muss immer eine lücke rein okay dann weiß ich nicht was los ist dann schreddern klappt auch nicht in comic machen comic noch irgendetwas wenn auch comic angucken was zum mhm mhm bist du denn, hä, aha da bist du, oder bist du hier da ist ein Typ, der hat aber noch nicht ganz mega schwer zu hören und ich wäre es doch nur mhm nein mhm doch so ja n mhm 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 vielleicht gibt es da ein Weg. What the fuck? Ein Spaß. Wer ist das? Was ist das? Gut. Haben auch gelesen. Noch irgendetwas, Inventar. Ne, okay, das war's. Gut, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr das Ganze gefallen hat, ich glaube, das mit der Webseite ist sehr viel besser. Das werde ich jetzt eigentlich immer so machen, wenn du das Ganze gefallen hat. Ich wünsche mich wahnsinnig einen Like freuen und wenn ihr weiterhin auf den Kanal hier nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Okay, ciao, Leute.